Hi und herzlich willkommen hier direkt aus Köln. Ich bin gerade angekommen und seht euch mal die riesengroße Speed an. Ich habe ein Upgrade gekriegt, weil Einzelzimmer nicht mehr zur Verfügung standen. Da hinten ein riesengroßes Doppelbett, hier so eine Sitzecke, Fernsehen, also wirklich so ein separater Raum dafür, ein Gästebad, ein normales Bad. Also wirklich alles sehr geräumig, riesig, fast schon zu groß für mich. Also wirklich, mir gefällt es super. Und ja, ein Hotelzimmer-Upgrade habe ich jetzt wirklich noch nie gekriegt. So, ich bin jetzt gerade hier oben auf dem Kölner Dom angekommen, die 533 Treppenstufen hochgelaufen, sprich die 100 Meter. Ein wirklich wunderbares 360 Grad Panorama. So, ich bin jetzt gerade hier in der Starlight Express, hatte die Show bis zu Ende. Es war einfach phänomenal, mega gigantisch. Also wirklich nach 30 Jahren jetzt wirklich mal was komplett Neues im Musicalstandort von heute angepasst. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, es war wirklich phänomenal und unglaublich schön. Ich bin ich und wer mag ich nix, denn ich bin der Liga Welt. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen uns nun auf den Weg in den Kölner Zoo. Ich bin mir Reit und los geht's. So, ich bin jetzt gerade hier im Kölner Zoo. Eine wirklich wunderbare, riesengroße Parkanlage. Sie gefällt mir sehr gut. Ich habe gelesen, es soll Pinguine geben und sogar ein Aquarium. Ich freue mich drauf und los geht's. Ich bin jetzt gleich. Untertitelung. BR 2018 So, das war es auch schon wieder mit meinem wunderbaren Video. Falls dir das Video gefallen hat, drück sehr gerne einen Daumen nach oben, abonnieren würde mich natürlich auch sehr freuen. Ist natürlich kostenlos und nun bis nächste Woche. Tschüss! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018